Der hört das nicht. Och nee! Ja komm mal her! Ja feiner, Junge! Ja komm doch mal her! Komm! Du bist schon perfekt, Alter! Intro! Intro! Eure Stimmen! Manuel, bleib weg! Oder bist du Detective? Nein, Manuel, ich hab Angst vor Manuel! Ich schieß da jetzt so weit! Manu! 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 Hallo? Wer schießt da? Wow! Ich bin Detective Ray! Wer war Detective? Ich bin Detective! Holly, es gibt einen Fall zu lösen! Zwei unter uns ein Traitor! Wo ist der? Wurde ihr gerade in die Wand reingeballert? Was ist hier geschehen? Anscheinend mag ich bitte und die Tapete nicht, oder? Warum ich gerade Maudado getötet hab? Stumm! Hallo! 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 Hey, habt dich! Warte, 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 Warte! Hey, Hey, Hey! Was soll ich Fußball spielen? Hallo? Hallo? Hallo Leute, hallo. Alter, was ist hier los? Scheiße, okay, der Trader kann hier ne Jihad zünden, ich geh weg. Tschüss. Oh Gott, ich will auch durch die Jihad. Ich will nicht weg, ich will auch durch die Jihad. Nein, komm nicht zu mir. Okay, alle auf dem Dach. Dach, Party, was ist das? Gar keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ja, es sind alle da. Mach bei uns, tun leid. Wer hat das angestimmt? Kann man mal bitte eine Jihad machen jetzt? Ja, komm. Ich würd so gerne, aber ich kann nicht. Boah, was ist der Trader denn für ein Trottel? Warum macht man hier keine Jihad? Oh nein, Taddel! Warum? Es ist Taddel! Hä? Ist das, ist das, ist das? Wie ist es denn jetzt? Okay, es war nicht Taddel, aber er hat um sich geschossen. Warum hast du geballert? Ich hab Angst. Ich wollte Party machen. Ich wollte Party machen. Okay. Maudado. Kann mal einer seine Leiche vergeben? Warte mal, ich kack mal kurz auf sein Gesicht. Oh ja. Oh ja. Also, Holly ist es nicht. Einer von den beiden. Maudado wollte mich verfolgen. Hey, einer ist jetzt schon abgehauen. Delay ist abgehauen. Ja, es ist wahrscheinlich Delay. Weil da alle getötet wurden. Hä? Da wurde einer getötet. Er wollte getötet werden. Zombie stand schon wieder da. Komm, wir stellen Taddel hier. Zombie schießt auf mich. Doch, ich hab auf ihn geschossen, weil er da hinten stand. Ja, wir werben mit Taddel, mit seiner Leiche. Ich sagte, vertrau mir. Ich hab auf ihn geschossen, weil er da hinten stand. Ja, warum? Ja, einfach so. Oh, guck mal, hier ist Taddel. Nein, ich hab auf ihn geschossen, weil er da hinten, ganz da hinten in der Gasse stand. Und mit der Seite... Ja, aber er hat ja noch nicht gewandert. Ja, aber er hat ja noch nicht gewandert. Ja, ich darf das. Da hab ich auch nicht geschossen. Achso. Also, ich will ja... Ja, ich... Ich behalte nur im Auge. Ich schieß nicht. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Ich behalte ihn im Auge. Wo ist er denn überhaupt? Du behältst ihn auf jeden Fall gut im Auge. Was? War ja falsch. Bist du das? Ne, das ist Maudado. Ich bin unten auf der Straße. Ich will Taddel nicht richtig lieben. Oh, da hinten, da hinten. Maudado hat er gesehen. Nein, wirklich, wirklich. Warte, 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 warte. Ich hab Maudado gesehen mit der Leiche, die aufrecht stand. Alter, du hast ihn schon zwei Inners getötet, oder nicht? Ah ne, okay, Taddel war ja klar, aber... Ich hab Maudado an dem Schild gesehen. Olli, Olli, schießt auf mich einfach so schon wieder. Nein, 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 nein. Ja, weil du dich die ganze Zeit versteckst. Und warte mal, wer folgt mir hier? Ich bin hier. Lass mich kurz erzählen. Ich hab da Maudado gesehen mit der Leiche von Taddel. Und der Leiche hat er aufrecht gehalten. Und weil die Leiche hat er dann losgelassen und die ist umgefallen, hab ich gedacht, er hat jemanden mit nem Schuriken umgebracht und hab ihn einfach instant totgeschossen. Ja, und warum guckst du da nicht nach, ob er Tracer war? Ey, Holly, warum galt du mich an, wenn ein Zombie schon zwei Inners sind getötet hat? Weil er oben an dem Schild stand und ich unten auf der Straße. Ja. Guck mal, Holly, warum galt du mich an, als ihr seht? Okay, okay, okay. Okay, Holly. Ja, nein, Holly, warte, bitte. Äh, Maudado und Delay sind es. Ich sag's dir nur. Aber ich versteck mich jetzt. Ey, warum galt das auf mich? Weiß ich nicht. Da, Delay war Tracer, ich hab ihn getötet. Aha, siehste. Komm, schieß doch nicht. Sommer ist es, Sommer ist es. Ah. Die rollen hier mal schön. Wie wunderschön, er die Treppe runtergerollt ist, so ganz langsam und vorsichtig. Ohoch, 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 oho, hooch, hooch, ohö. Manchmal frag ich mich, ob das Leben über Blumensinn ist, also. Und das sieht cooler aus, der ist auch, ja schön. Aha! Okay, doch nicht. Oha! Hä? Wie kann man denn damit barb... Boah, krass. Ah, ich hab dich damit gekillt. Hä? Ich hatte keinen Schlag... Das ist ja... Das ist jetzt gerade los. Aber ich hatte gar keine Schlaganimation, also außer... etwas nicht benutzbar wäre. Ich hatte Manu fast geblockt. Richtig, eigenartig. Es war so schön, wie du dich halt runtergerollt. Ich hab mich übrigens von DAS teleportiert. Bastard, 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 Bastard. Ich bin Detective, Taddle. Ich will da rein! Taddle ist Detective. Okay, Mr. Moor schlägt Türen mit einer Crowbar. Alter, das hat Ätzen, ne? Nein, nur ein Trader. So ein Scheiß, so hat Waffen angeht, das ist unfassbar. Taddle, hast du grad geschossen? Ja. Nein, neue Art Herausforderung. Oh, Mr. Moor hat den Alarm ausgelöst. Ich will doch nur raus. Mr. Moor ist Traitor. Alter, ich bin rausgegangen. Okay, hör auf, auf mich zu Türen. Ich bin doch nur an dir vorbeigelaufen. Ich glaub, Mr. Moor will die Bank ausrufen. Mr. Moor ist Traitor, man hört's einfach wieder. Meine Warnung. Okay, Manu schießt auf mich, Manu schießt auf mich. Manu, Manu, Töten ihn, beschützt den Detective, beschützt den Detective. Warum hat man denn so wenig Muni? Da, da schießt noch jemand. Taddle? Taddle? Stopp! Taddle! Stehen bleiben! Was, Alter? Mr. Moor hat mir in den Rücken geschossen und rennt gerade weg. Okay, das ist Mr. Moor. Nein! Woher wusstest du das? So der Einzige, der da irgendwie in der Nähe steht. Boah, krass kombiniert, ey. Kann man denn bitte ein Hähnchen finden? Oh, wer hat er geschossen? Oh, Mr. Moor wurde geschossen. Oh Gott! Gott! Ich hab geschossen aber auf niemanden. Ich bandagier dich, Mr. Moor, ich bandagier dich. Bandagier... Oh, da hat er wieder nen Alarm ausgelöst. Das ist mein Hilfs-Sheriff, komm mit. Okay. Du bist ein ganz feiner Junge hier. Guck mal her, ihr fein! Warte, warte, ne Waffe! Guck mal her! Guck mal her, ihr fein! 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 Guck mal her! Guck mal her, ihr fein! 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 Ja, pass' gerade auf Karl, jetzt verbrennst du ihn einfach. Er ist aber verbrennt. Hier ist der Help Sheriff. Okay Sheriff, da ist eine Leiche. Ach mann. Von wem? Von Mr. Moore. Achso, ja. Wer ist es? Alter, ich wette es ist Tadde. Ich hab ihn einfach verschont, ey. Alter. Wo ist die Map? Nein! Das sind einfach beide Traitor. Nein nicht! Hier ist ein Hühnchen! Ist das die Karte, die man runterbringen muss? Cool. Man kann unten den Tresor mit dieser Karte öffnen. Ich glaub aber, ich komm nicht runter, ohne dass mir der German Let's Play begegnet. Ja, ich bin wie ein Virus. Ich komm in dir. Das macht keinen Sinn. Das ist aber trotzdem witzig. Witzig. Alter, kann die Map mal ein bisschen irgendwie ein System haben? Ja, freu ich mich auch gerade. Okay, da muss man dann hoch. Exit. 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 Exit geht's nach draußen. Aha. Oh nee, er hat mir wies. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee, oh nee. Okay. Okay, es wackelt. Alarm. Alarm. Cool, ich bin im Kreis gelaufen. Ich hab mich mal erschrocken. Ja, vor allem du warst genau da, wo ich mich hätte auch hinporten können. Richtig dumm. I'm friendly, don't shoot. Don't shoot. Don't shoot at me. Tali, du warst, du warst kein Traitor. Nee, nee. Du hast von Mordado gekillt. Boah, ich dachte schon, ich hätte dir falsch vertraut. Du kannst mir vertrauen, wenn ich das sage. Wenn ich Traitor wäre, würde ich dich niemals verarschen. Nee, Tali. Du verarschst nie Leute. Ich hab schon Runden. Danach dachte ich echt, Alter, ich kann nie mehr davon ausgehen, dass du Inno bist. Nie mehr.